Cristiano Ronaldo hat mit seinem Treffer zum 2 zu 1 bei Lazio Rom einen neuen Serie A-Rekord aufgestellt. Der Angreifer von Juventus Turin ist der erste Spieler, der seit der Einführung der 3-Punkte-Regel in 8 Auswärtsspielen in Folge traf. Er lebe die Serie A live und auf Abruf auf der ZN. Jetzt Gratis-Monat sichern. Zuvor hielten zwei Spieler die Bestmarke mit sieben aufeinanderfolgenden Ligatoren in der Fremde, Stefan El-Charavi, 2012 und Ruggiero Rizzitelli, 1995. Cristiano Ronaldo nur in zwei Auswärtsspielen für Juve ohne Tor nach seinem Wechsel von Real Madrid zur alten Dame hat Ronaldo somit nur in seinen ersten beiden Auswärtsspielen in der Liga keinen Treffer erzielen können. Die 3-Punkte-Regel wurde in der italienischen Serie A zur Saison 1994-1995 eingeführt. Die 3-Punkte-Regel wurde in der letzten vierten Serie A zurück. Die 3-Punkte-Regel wurde in der im hilariousten Serie A-Rettrellung in der Liga Die 3-Punkte-Regel wurde in der Nähe der Welt mit der 2-Punkte-Regel begibt. in der 3-Punkte-Regel zur Landung eingeführt. Die 4-Punkte-Regel wurde in der letzten Jahre